Ich hatte ein Wackwede, das war einiger Zeit, war noch mal zu Gast in seiner früheren Grundstelle, in der Magierschule, wenn ich es richtig weiß. Ja, und da war ich natürlich weiterhin das erste Mal so ein Boxcar auch da zu erledigen. Und da hat Marco damals verbrochen, das war im Jahr 2009, jetzt bin ich Europameister, wie wäre der Wein-Meister und das Land der Unterhalt. Ich verspreche mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank.